Wenn man zehn Jahre erfolgreich ist, dann stimmt vor allem eins. Die Taktik, täglich Bestleistungen abrufen zu können. IntelliProtect, das unschlagbare Wertsicherungssystem der WWK. Ja, mein Name ist Thomas Hess und ich leite als Organisationsdirektor des WWK Partnervertriebs den Vertriebsweg über freie Finanzmakler, Mehrfachagenten und unabhängige Finanzvertriebe. Und die Frage, die sich heute stellt, ist, warum greifen diese Best-Advice-verpflichteten Finanzberater seit zehn Jahren gerne auf unser IntelliProtect zurück? Was uns ganz besonders gefällt an IntelliProtect, ist die Renditechance, die das Produkt als solches mit sich bringt und die Möglichkeiten, die der Kunde hat, seine Fonds selbst auszuwählen und dann auch Fonds auszuwählen, die genau auf diese Produktgattung zugeschnitten sind und damit mehr Renditekraft ermöglichen und auch dem Kunden die Transparenz geben, was jetzt tatsächlich in seinem Renditemotor investiert ist und was in anderen Teilen investiert wurde. Niemand kann 550 Euro jeden Monat wegsparen. Deswegen braucht man Produkte, die Rendite erwirtschaften. IntelliProtect ist so ein Produkt und die Menschen können auch mit einer realistischen Sparleistung auf diese Art und Weise gute Renten erreichen. Und vor diesem Hintergrund ist IntelliProtect ein echter Baustein und ein echter Beitrag zur Sicherung der Altersvorsorge in Deutschland. Wenn Sie jetzt aber in Börsen investieren oder in Aktien investieren und die Kurse fallen, dann kriegen Sie Panik und lassen Ihre Wut beim Finanzberater aus. Wenn da der Finanzberater in der Lage ist, ein Produkt anzubieten, das voll die Chancen, an der Börse zu partizipieren bietet und gleichzeitig null Risiko mitliefert, am Ende ohne Geld dazustehen, dann ist das die sogenannte Vollkaskolösung. Und die ist für einen Best Advice verpflichteten Markler das Beste, was es gibt. WWK IntelliProtect – das zukunftsweisende, wertstabile Erfolgsmodell. Ein Volltreffer am Markt seit 10 Jahren. WWK Versicherungen – eine starke Gemeinschaft.